Weil wenn die hier spawnen, können wir nämlich die ganzen... alles nutzen. So heißen die Erfahrungen, die diese Einheiten geben. Und das gleiche machen wir nämlich mit diesem Lager hier auch. Aber dann haben wir sozusagen zwei Lager, wo uns potenziell nur Erfahrungen bringen. Das funktioniert noch. Und dafür braucht man halt dann Truppen, dass man erst einmal alles abwehrt, was nochmal nachspawnt. Und dann nach und nach müssen wir halt die Tür dann machen. Jetzt könnte man eigentlich oben sitzen hier hinten, weil die können alles von der Ferne noch wegmachen. Sind auf Feinde gestoßen. Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil. Wo sind die? Ah, die ist da ganz hinten. Oh, okay. Das dauert noch ein bisschen, bis die da ist. Was ist euer Begehr? Aber in der Zeit bauen wir einfach noch ein Pfeil. Das Bauwerk ist vollendet. So sei es. Und das gleiche machen wir jetzt halt auch mit dem nächsten Lager. Und wir können nochmal Aufrüst rufen. Und hier noch gleich mal Einheiten ausbilden wie ein Verrückter. Alles klar. Befehl verstanden. Alles klar. Befehl verstanden. Das ist dann auch gut, wenn man die Türme, die weiteren Türme der Elfen hat. Das Bauwerk ist vollendet. Elends Segen. Das Bauwerk ist vollendet. Mein Bogen für die Rune. Ich höre. Nehmen wir mal alles, was wir hier haben. Zu Befehl. Schnell. Gehen wir mit denen vor. Ja. Wie ihr wünscht. Sprecht. So sei es. Das dauert halt jetzt halt ein bisschen. Jetzt brauchen wir wieder einen neuen Arbeiter. Wir brauchen mehrere. Wir brauchen mehrere. Die dunklen sind hier. Ja. Es funktioniert momentan. Und so bekommt man dauerhaft Erfahrung. Und man sollte hinterher, wenn man das Land verlässt, nicht vergessen, dass man dieses Lager hier auch hinterher zerstört. Ansonsten kommt irgendwann mal hierher und stellt fest, oh, man ist Level 28 zum Beispiel und sieht, okay, ich habe dieses Lager hier vergessen. Die Rune Rune Rune. Und jetzt alleine über den Haufen rennen. Ich habe den Haufen rennen. Dann mit dem Avatar. Ich habe den Haufen. Wie ihr wünscht. Muss aber doch nicht sein. Zudem habe ich verstanden. Was meine ich, dass da teilweise sehr viele Einheiten kommen? Ja, war ein Fehler verstanden. Marschbefehl. Jetzt erstellen wir hier doch mal ein paar Einheiten nach oben. Bereit? Ja? Die Rolle ruft, wie ihr wünscht. Wenn das so geht, bin ich recht zufrieden. Stufe 6er, okay. Weil dadurch kriegen wir halt auch gute Erfahrungen. Dann gehen wir auch hier hoch. Mal schauen, was hier noch ist. Hier müssten Steine gewesen sein. Kann es sein, dass die Bogenschützen, die Armbrustschützen hier eine große Reichweite haben, wie die Elfen normalen Bogenschützen? Verstand die Deckung. Das ist nicht weit. Sofort. Vorsicht, Gegner. Ja. Schnell. Sofort. Und jetzt machen wir das gleiche mit diesem Lager hier. Kämpft, Männer. Sie schlagen zu. Vorwärts. Folgt mir. Mal hier halten. Zur Stelle. Schon unterwegs. Warum brauchen wir uns mit dem, zumindest auch mit diesem Lager hier, keine Sorgen mehr machen? Ich eile, was ihr wollt. So sei es. Ja? Bauen wir erstmal hier ein bisschen weiter abseits ein paar Türme. Wir könnten jetzt halt mal hier hingehen. Verstärkt die Verteidigung. Jawohl. Sie schlagen zu. Jetzt habe ich übrigens den Patrouillenbefehl gemacht, damit die automatisch dann alle angreifen. Da müsste es nicht mehr so große Probleme geben. Können wir hier wieder, ja, können wir und werden wir auch wieder nachbauen. Nein, wir bauen das jetzt nicht fertig. Und jetzt fehlt uns Holz. Die machen halt auch ziemlich stark guten Schaden, unsere Landsknechte. Meine heilige Pflicht. Ja? Ich glaub's nicht. Unser Holz geht aus. Ja, die Bäume werden auch nicht unbedingt groß. Weil umso größer die Bäume, umso länger brauchen sie es auch, um die sozusagen zu fällen und Holz daraus zu gewinnen. Wie ihr wünscht. Dann können wir eigentlich jetzt halt, wenn wir diese ganzen Türme, die jetzt halt im Bau sind, fertig haben. Gehen wir jetzt halt mal ein bisschen mit den Einheiten hier weg. Die Rune ruft zu Befehl. Auf meinen Befehl, schnell. Was ihr wollt, das ist nicht weit. Mal unterstützen. Auf meine Arm. Und nach und nach werden wir einfach ein paar... Folgt mir. Ähm. Wachtürme mehr bauen. Folgt mir. Was ihr wollt. Hm. Meine heilige Pflicht. Sofort. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Was ist euer Begehr? Okay, das haben wir jetzt so langsam. Ein feiger Angriff. Das Bauwerk ist vollendet. Ja? Möchtet ihr noch ein, zwei Türme noch bauen, dann sollte man hier auch kaum Probleme mehr haben. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Auf mein Kommando. Mir nach. Folgt mir. Die regenerieren auch Nahrung nach Leben, wenn sie Nahrung haben. Okay. Weil ich kenne es im freien Spielmodus, dass zum Beispiel, wenn man die dunklen Völker spielt, dass die nicht unbedingt ihr Leben wieder regenerieren. Schnell. Sie sind in der Stadt. Leni. Sofort. Schnell. Leni. Aber kein Aria. Lenya brauchen übrigens auch die Elfen und die Orks. In Spellforce 2 ist das ein bisschen anders gehandhabt. Im dritten Teil haben sie es Gottseidank wieder so gemacht, dass die Völker unterschiedlichere Ressourcen benötigen. Zum Beispiel dieses Lager werden wir jetzt einfach mal zerstören. Wir könnten ja auch Türme hinbauen, aber dann hätten wir halt hinterher wieder zu viel zum Kaputtmachen, wo wir noch kaputtmachen müssen. Und ich denke, diese beiden Lager reichen fürs Erste, um Erfahrung zu bekommen. Wir können ja noch ein weiteres Lager dann später noch machen. Vielleicht findet man ja noch was, wo Anbrustschützen nur rauskommen. Das könnte man dann auch gut hier nehmen. Auf mein Kommando. Schnell. In die Schlacht. Nochmal Linie. Auf diesen Banditen haben wir den Bereich eigentlich vollkommen gesichert. Jetzt gehen wir mal vorbei. Oh, da ist ja noch was. Spruch. Bereit. Bereit. hier haben wir ja nichts weitermachen aber wir hätten glaube ich genügend nahrung ja bauen wir den da hin das große haupthaus hier hat man noch mal eisen könnten wir vielleicht gebraucht ich glaube wir werden das auch nach und nach gebrauchen weil wir können dann nichts mehr fördern wir kriegen schon noch was aber sehr geringe märz folgt mir schnell und los vorwärts folgt mir sofort hin kann es sein dass wir nach unterhalb der mir nach folgt mir hier wären noch ein paar spinnen schnell das machen wir gleich mir nach und noch mal die stadt wird angegriffen wird bestimmten grund haben warum mal hier so von mir auf hier ist auf so viel linie stoßen schnell zum angriff übrigens die australischen einheiten profitieren nicht davon dass wir nahrung herstellen die regeringerien automatisch mann zum beispiel aber kein leben dafür braucht bräuchte mal heiler die wir gerade nicht zur verfügung haben hier ist auch noch mal ein lager das hätte ich auch gerne recht schnell beseitigt sind auf feinde gestoßen und los sie sind überall verstärkt die verteidigung hier können wir jetzt das lager auseinandernehmen auseinander nehmen folgt mir es sind so viele verstärkt die verteidigung erwarte euer kommando auf meinem befehl erwarte euer kommando ein kontakt euch schwestern hier sind auf feinde gestoßen und hier hoch kommt mal das law ihre stadt wieder zurück erobern und werden wir dann auch gleich anschließend machen aber zuerst gehen wir doch hier unten rum so ich mache hier eine ganz kurze kurze pause meine katze will irgendwas und ich bin wieder da meine katze ist glücklich wir sind in gefahr hat jetzt wieder was zum essen bei raus mag sie momentan nicht weil es viel zu warm draußen ist weil meine katze ist eigentlich schon so eine die ist recht beleidigt wenn sie nicht raus kann bereit aber momentan mag sie überhaupt nicht aus feindlich so feindlicher angriff weil da versucht sie bloß sich ein schattig jetzt plätzchen zu suchen vorwärts vorwärts und los vorwärts folgt mir feindkontakt das ist ein hinterhalt sind auf feinde gestoßen hier nach Ich habe kein Dersamm vor, dass da... Oh, ne? Sind auf Beide gestoßen. Standort Männer! Und los! Und los! Folgt mir! Vorwärts! Sofort! Schnell! Dann haben wir es ja schon fast. Diese beiden Lager. Geben das Zeichen! Bereit! Jawohl! Elend siehe! Erwarte Befehle! Auf mein Kommando! Ja, catch me! Die macht jetzt E. Das hier noch kaputt. Die Stufe 6 erhalten sehr viel aus, muss ich sagen. Jetzt könnten wir eigentlich alle unsere Truppen, die wir hier unten nach unten schicken, dann hernehmen. Das Lager könnte man eigentlich auch mit Türmen abriegeln. Weil ich glaube, wenn wir das Lager hier oben haben, gehen kommen die Utrana und die nehmen, glaube ich, den Weg und dann werden sie die große Hütte hier auseinandernehmen. Schnell wie ein Pfeil! Schnell wie ein Pfeil! Schnell wie ein Pfeil! Auf meinen Befehl! Vorwärts! Sofort! Wieder Linie? Ich glaube, hier gibt es gar kein Aria. Verstärkt die Verteidigung! Kämpft Männer! Zum Befehl! Vorwärts Krieger! Was wird dann? Masztillonk! Start! Verstärkt die Verteidigung! Wann ohr? Ihr gebt mich hier rüber, weil dann können wir uns das Eisen hier hinten noch sichern. Hier ist soweit keiner mehr und los was ist euer begehrt haben wir eigentlich die ganzen arbeiter hier den weg mal hier runter schicken das ist nicht weit da müssten die genau da hinkommen wo die hinsollen weil dann würde ich sagen gehen wir erst mal dieses lager hier abriegeln aber dann können wir von denen zumindest die erfahrung kriegen und danach sichern wir die Heimstatt der Utrana könnten wir die eigentlich schon mal hier runter ziehen die könnten wir eigentlich hier hinschicken dann werden die nämlich geheilt weil von hier dürften jetzt gar keine angriffe kommen nicht zurück das sind jetzt wirklich viele wir verlieren gerade für mein geschmack zu viele einheiten hier oben vorsicht die gibt das zeichen sind auf weite gestoßen erwarte befehl verstanden alles klar auf meinen befehl weil die er will sehen erhalten doch sehr viele aus und los vorsicht sie sind hier bereit für den kampf das wäre noch schön wenn die im ersten teil ihre gebäude die sie verloren haben nachbauen würden oder sich ausweiten würden dass vielleicht noch mehr gegner spawnen das wird noch mal schauen vielleicht kommt es ja noch damit bauen wir jetzt mal hier noch ein paar glanzknechte die wir dann hier hoch schicken was wünscht ihr ne bitte noch gehen wir es an so das war er ist vollendet hier noch ein hier sei es zur stelle hier wären noch ein paar steine jetzt sind sie wieder geheilt worden jetzt müssen sie noch ein bisschen durchfalten aber versteckung kommt jetzt schon marschbefehl wir sind in gefahr bin unterwegs sind auf Feinde gestoßen wir brauchen hier oben auch wieder welche vorsicht sie sind hier sie schlagen zu erwarte befehle befehl verstanden lassen wir die hier ruhig mal patrouillieren die helfen hier auch erwarte befehle zu befehlen auf meinen befehlen schnell jetzt räumen wir mal die heimstatt auf die ruhe ruft auf der stelle meine heilige pflicht ne ruhe noch oh was ihr wollt es ist mir eine ehre wir könnten auch mal das ganze hier looten hier wird fleißig abgebaut verstärkt die verteidigung das wird eng ja die schlagen zu ja die ganzen einheiten die wir hier bauen gehen jetzt halt bloß hier hoch aber ansonsten geht es da oben zu kritisch sofort und los und fahren sollten wir auch mal wir werden angegriffen gegen hier auf leveln standhalten männer es sind zu viele verstärkt die verteidigung auf mein kommando die schlagen zu veteran der faust sind auf feinde gestoßen vorwärts folgt mir gehen wir mal hier hoch mit den ganzen einheiten verstärkt die verteidigung sein runenkrieger zu mir zu euren diensten verstanden die rune befiehlt die rune ruft erwarte befehle mit denen werden wir in der nächsten mission soviel ich noch weiß richtig spaß haben die die diener der nacht sind hier aber hier halten sie jetzt halt auch gut durch mhm kommt raus leute sie sind fort wer hätte gedacht dass die rune uns eines tages retten würde hier ihr nehmt diese rohstoffe sind alles was wir euch zur unterstützung anbieten können speer haben von einem großen heer berichtet das im osten steht ihr könnt sie nicht schlagen es sind zu viele es gibt eine möglichkeit im osten nahe dem portal befindet sich ein dryadenhain die geister der bäume ja sie wären stark genug die orks zu vertreiben aber wie wollt ihr sie aus ihrem hain locken im hain gibt es einen altar opfert dort lenya pflanzen ein gutes tausend das wird die dryaden erwecken und sie werden euch dienen allerdings erwachen die dryaden nur bei nacht ihr müsst das lenya also bei dunkelheit darbringen hier runenkrieger nehmt diesen plan er wird euch helfen genug pflanzen zu sammeln und seht euch vor der dryadenhain liegt hinter den feindlichen linien es gibt jedoch einen kleinen schleichpfad über den ihr ihn erreichen könnt bedient euch der macht der dryaden nur so könnt ihr das feindliche heer vermischen gut zu wissen zu euren diensten was jetzt mal diesen 10 stein hier aktivieren und dann sprechen mit sergeant einer bei den verfluchten augen zarrers was für ein rit das war ein verdammt gutes stück arbeit freund ohne euch wären wir verloren gewesen wer hätte gedacht dass uns ausgerechnet ein runenkrieger die hoffnung zurückgeben würde unsere wege trennen sich hier einer ich muss weiter tiefer ins wildland ron hat noch immer einen großen vorsprung ihr werdet die unterstützung meiner leute brauchen um die monumente frei zu kämpfen sprecht mit hauptmann bahir er hat hier das kommando ein sehr misstrauischer bursche lasst euch nicht von ihm abweisen viel glück ok auf mein kommando hm jetzt wissen wir wofür wir das lenia brauchen hm mit den ganzen einheiten gehen wir mal hier hin und hier sieht man die utraner gehen wieder zu ihrer heimatstadt zurück bin ich gespannt lassen sie das in ruhe oder nicht nein ich hätte eh keine chance gehabt ok das können wir schon mal kaputt machen das auch aber dann sehen wir hier nämlich was wir alles looten können und das ist das her oh das ist schon mal ein bisschen stärker so dass es das her ist das her das her ist das her